Bling, wutsch, klagklag, wussch, wuhu, wow. Hi, mein Name ist Tim Soat und ich habe das Yu-Bi-Oh Sammelkartenspiel mit dem Erscheinen von Legends of Blue Eyes White Dragon in Deutschland angefangen. Habt ihr eine ähnlich lange Geschichte mit dem Spiel? Dann wird euch dieses Video sicher gefallen. Oder auch einfach, wenn euch interessiert, wie das Spiel von 2003 bis 2004 so war. Ich gucke selber bei anderen Kartenspielen gerade viele nostalgische Videos mit alten Karten, kleines Shoutout hier an Dr. Alzheimer, und dachte mir, zu Yu-Gi-Oh kann ich das auch gut machen. Vor allem, weil ich so erzählen kann, wie es war, das Spiel als 11- bis 13-Jähriger zu spielen. Hier seht ihr das wieder ausgegrabene Deck und wenn ihr einfach nur die erste Karte anguckt, wisst ihr schon, das kann nichts Starkes sein. Bio-Magier, ein nicht wirklich gutes Vanillamonster, aber das Artwork ist ziemlich nett. Hat man nicht mal damals gespielt, außer man war wie ich 2003 ein Kind und hauptsächlich vom Anime beeinflusst, was das Spiel und die Regeln anging. Wenn ihr auch in dem Alter angefangen habt, durch die Serie oder eure Freunde, könnt ihr euch sicher noch an Decks erinnern, die ihren ganz eigenen Regeln folgten. Es ging nicht darum, nur zu gewinnen mit den stärksten Karten der Sammlung, sondern dem Herz der Karten zu folgen und diese zu spielen, die man mochte. Neben dieser Regel haben wir als Kinder noch so einige mehr für unsere Spiele unter uns aufgestellt. So war es so, dass man selbstverständlich jede Karte nur einmal im Deck hatte, denn im Anime war das bei den Decks von Yu-Gi-Joey und allen anderen außer Kaiba vielleicht ja auch so. So waren die Decks schön vielseitig, aber natürlich höllisch inkonsistent. Und auch war es so, dass wenn man ein bestimmtes Lieblingsmonster hatte, man der Einzige war, der es spielen durfte und alle anderen nicht. Das ging natürlich in unserer kleinen Gruppe von zwei bis maximal fünf Kindern noch ganz gut, im großen Maßstab wäre das ganz klar unmöglich. Aber ich habe schon darauf geachtet, dass mein Kumpel seine Signaturkarten hatte und ich eben meine. Bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, auf die ich gleich noch eingehe. Ach und natürlich hatte das Deck weitaus mehr als 40 Karten. Man musste ja all seine Lieblinge unterkriegen können. Gucken wir hier jetzt einmal weiter mit den Karten. Zum Biomagier gibt es nämlich noch eine Geschichte zu erzählen. Es war ein sonniger Tag am Wochenende und in unserem kleinen Dorf war mal wieder ein Jahrmarkt mit Buden, Karussell und Flohmärkten. Wir, mein bester Kumpel damals und ich, hatten gehört, ab diesem Tag sollte man echte Yu-Gi-Oh! Karten bei uns kaufen können. Wir waren schon übelst gehypt durch den Anime, hatten uns sogar schon selber Karten gemalt und mit diesen gespielt. Leider habe ich die nicht mehr, die waren so bescheuert broken. Jetzt war der einzige Ort, wo wir die Karten fanden, der Flohmarktstand eines Jungen aus der Nachbarschaft, der für seinen Vater englische Spellruler und Labyrinth of Nightmare verkaufte. Englische Karten wollten wir eigentlich nicht, weil wir die einfach nicht gut verstanden. Aber es war leider die einzige Möglichkeit, die wir sahen und deswegen holten wir uns beide jeweils ein Pack von beiden Editionen. Da war nichts Tolles drin, aber ich erinnere mich noch an das erste Monster in meinen Packs. Spherous Lady, den Biomagier hier und meine Rare, den Wallshadow. Die Geschichte geht mit Urabi hier weiter, denn kurz nach unserem Kauf entdeckten wir zwei andere Jungs, die auch Karten hatten und wollten mit ihnen tauschen. Woraufhin wir gleich sahen, dass sie deutsche Legends of Blue Eyes White Booster hatten. Erstaunt und empört zugleich fragten wir sie, wo sie die her hatten und sie schickten uns einfach in den örtlichen Spieleladen, nachdem ich meinen Wallshadow noch gegen einen Urabi getauscht hatte, meine allererste deutsche Karte damit. Und selbst als Common noch um längst besser als ein Monster, das man nie aufs Feld kriegt. Auf dem Tresen in unserem Spielwarengeschäft sahen wir dann die legendären blauen Booster in Deutsch und klauten noch den Rest unseres Erspartens zusammen, um zumindest jeweils ein Päckchen davon kaufen zu können. Ich hatte da mehr Glück als mein Kumpel und den dunklen Magier in Ultra Rare drin, eher nur irgendeine schlechte Rare. Zu Hause bei ihm warfen wir die englischen Karten dann achtlos beiseite und spielten einfach nur kleine Spiele mit den wenigen Karten aus unserem Booster, nach den Regeln im Königreich der Duellanten, aber es war eine tolle Zeit. Mein dunkler Magier ist mir nie ans Herz gewachsen, ich war schon immer ein Rotaugen-Fan. Aber den weißen Drachen mochte ich dann doch, einfach auch, weil das nächste Produkt und mein erstes richtiges Deck dann das Kaiba-Starter-Deck war, das ich bei uns zufällig im Supermarkt fand. Damit kamen dann diese ganzen Karten, die ihr hier seht. Der blauäge weiße Drache, meine abgeranzteste Karte überhaupt, aber als Kind hat man halt nicht mit Höhlen gespielt. Nebst Vanillatrash damals recht gute Karten, wie der mystische Djinn der Lampe und haufenweise ikonische Karten des Decks, wie Rukishin macht, Herr der Drachen und die Drachenruheflöte und die guten Staples der Zeit, wie Wiedergeburt, Schwarzes Loch und Fallgrube. Dieses Deck war für wie so viele meines Alters der Startpunkt und von dort aus wurde individualisiert. Vor allem hat man dadurch erst die richtigen Regeln mit 8000 Lebenspunkten und Tributbeschwörungen gelernt. Weiter geht es mit LOB-Karten wie geringerem Drachen, wohl die schlechteste Karte im Deck, aber lasst mich die Denkweise eines Kindes erklären, dass das Spiel dem Anime nachspielt. Yugi hatte ja auch Karten wie Elfenschwertkämpfer und Biberkrieger im Deck, also gehörte das wohl dazu, dass man die Karten seinem Herzen nach auswählte und nicht rein der Stärke nach. Versteht ihr, was ich meine? Das ist jedenfalls die Erklärung für die ganzen schwachen Vanillamonster hier, vor allem auch die mit 5 Sternen und unter 2000 Angriffspunkten. Es ging einfach nur darum, dass einem die Artworks, der Name oder der Typ gefielen und man hat sie gespielt. Mein Deckbau hat sich damals auch ziemlich am Deck meines besten Kumpels orientiert und während er mehr die Krieger, Ungeheuer, Maschinen und Insekten in sein Deck packte, waren es bei mir Feen, Dämonen, Drachen und Vögel, wie man hierher sieht. Seine absolute Lieblingskarte war übrigens der herbeigerufene Totenkopf und er hat auch ein ordentliches Beatdown-Deck für die Zeit gespielt gehabt, aber dazu komme ich später noch. Ich will hier gerade einfach nur die richtig schlechten Feen hier erklären, die ich nur drin hatte, weil es keine besseren gab. Und noch eine Anekdote dazu. Leider habe ich sie hier gerade nicht mehr in meiner Sammlung, aber ich wollte damals unbedingt die halbwegs ordentliche Fee Flügelweber im Deck haben, mit 2750 Angriffspunkten fast so gut wie der Weiße Drache und hatte ein Hammer Artwork. Leider habe ich sie als einfache Common nie gezogen aus Pharoahs Servant und man konnte sich mit dem wenigen Taschgeld nicht einfach noch ein Booster kaufen und sowas wie Einzelkartenkauf gab es bald sowieso nicht. Deswegen habe ich damals tatsächlich mit einem Mitschüler meine Secret Rare Jinso gegen drei Commons getauscht. Flügelweber, Schildkrötenschwur und die Krabenschildkröte, mit den beiden wollte ich ein Wasserdeck für meine kleine Schwester bauen. Mir war klar, dass das der schlechteste Tausch meines Lebens war, aber er hatte folgenden Grund. Ich mochte Jinso überhaupt nicht, weil er mir verbot, meine eigenen Feilen zu spielen. Und ich mochte Feilen. Ja, so hat man damals als 13-Jähriger gedacht. Ich war übrigens damals schon ein Riesenfan von Yamibakura, immer noch mein Lieblingscharakter, und deswegen habe ich natürlich auch einige Karten von ihm benutzt. Oder solche, die nach Karten von ihm aussahen. Da bin ich in Labyrinth of Nightmare natürlich öfters fündig geworden. Mit Metal Raiders kamen ja mehr Effektmonster ins Spiel, und schon damals fand ich sie ziemlich interessant, und habe alle, die ihr hier seht, plus den Magier des Glaubens, Maske der Finsternis und den Zauberer der Zeit, in Ultra Rare sogar, im Deck gehabt. Besonders hervorheben möchte ich Dunkler Elf und Jirai Gummo, mit denen ich damals einfach nur einen krassen Boardstate aufgebaut habe, und eigentlich nur angegriffen habe, wenn es absolut notwendig war. Ich habe also schon damals eher Control mit ihnen gespielt, obwohl ich den Begriff noch gar nicht kannte. Hysterischer Elf war endlich mal eine gute Fee in dem Deck, und der Elfenbogen, ja, dasselbe wie mit der Drachenrufflöte. Man sieht als Kind nur das optimale Kombo-Potenzial solcher Karten, oder die Momente, wenn es gut funktioniert, und ignoriert die vielen Male, wo sie tot auf der Hand sind, weil man keine richtigen Monsterkarten dafür parat hat. Weiter geht es mit eigentlich ganz brauchbaren Ausrüstungskarten, von denen man damals ja viele gespielt hat. Stimpack und übelwollender Hedgler spiele ich heute noch gern in Games mit alten Cardpools, und sie waren die wirklich passenden Zauber für meinen Stil von Deck, genau wie Elfen Meteoreinschlag. Mein Hauptgegner damals hat wirklich viele Ausrüstungen gespielt, weswegen ich da ein bisschen mitziehen musste. Dadurch waren auch lebender Trank und Keiminfektionen gern gesehen auf meiner Hand, wie man damit halt Voltron-mäßig aufgepowerte Monster lahmlegen konnte. Berg war der obligatorische Feldzauber für mich, und Ewige Ruhe eine meiner Lieblingskarten, weil ich damit gegen das Equipment-Beatdown-Thema meines Kumpels immer eine ziemlich gute Antwort hatte. Angebote an die Verdammten war meine Antwort auf den Jinso, den ich dann irgendwann auch öfters bekämpfen musste, und Spalt hat sich auch fast immer als gut erwiesen. Ich hatte sogar das Glück, und Mystischer Raumtaifun und Topf der Gier fanden einfach als seltene Karten in meinen wenigen Boostern ihren Weg in mein Deck. Überläufer war damals tatsächlich nicht so leicht zu kriegen, auch wenn sie einfach als kommenden Yugi-Starter-Deck war. Aber jeder, der eine hatte, wusste, dass sie gut war. Mein Erz-Rivale hatte sie sogar in Ultra-Rare aus Metal Raider, und hat doch tatsächlich an ihr den Mai-Trick ausprobieren wollen, mit dem Duft. Nur hat er das mit Deo versucht, und wir haben ja ohne Hüllen gespielt. Ja, ihr könnt euch denken, wie die Karte nach dem Spiel dann aussah. Wie schon erwähnt, mochte ich fallen, und gerade die fiesen Unerwarteten, wie Maske der Schwäche, Phantomabkommen und Elfenhandspiegel, waren meine Favoriten. Babuco war ein netter Schutz, auch wenn wir sie wegen dem alten Text auch falsch gespielt haben, und ich glaube, geringerer Goblin-Beamter hat mir mit Burn tatsächlich auch mal ein Spiel gewonnen. Vor allem, wenn ich ein Control-Board auf dem Feld hatte. Gerade hier nicht drin, weil in meinem Goat Cube ist mein Secret-Rare magischer Zylinder, in dem ich damals am allerliebsten knappe Duelle überraschend für mich entschieden habe. Übrigens waren die absolut besten Karten damals, wie Spiegelkraft und so, unter uns Kindern so selten, dass wir allerhöchstens einen kannten, der sie hatte, und es für uns okay war, wenn da halt nicht derjenige mit denen waren. Dafür hatte ich dann meinen Zylinder, den ich teilweise sogar besser fand, wenn auch nur in seltenen Situationen. Meine letzte Story für heute kommt mit meinen letzten drei Karten hier. Wie schon erwähnt, ist der schwarze Rot-Augen-Drache meine absolute Lieblingskarte. Da war es mir auch egal, dass er damals als blau bezeichnet wurde, auf das Artwork kam es an. Diesen habe ich mir so sehr gewünscht, dass ich es 2003 an Weihnachten als Nummer 1 auf meinen Wunschzettel hatte und meine Eltern wirklich aggressiv drauf hinweisen musste, damit sie damals 20 Euro für die Karte aus Legend of Blue Eyes White Dragon ausgaben. Aber ich bekam sie dann und war der glücklichste kleine Yu-Gi-Oh!-Spieler der Welt an dem Weihnachten. Die habe ich dann sogar auch in der Hülle gepackt und dann immer für die Duelle dann rausgeholt, weil meine restlichen Karten keine Hülle hatten. Aber wenn ich nicht gespielt habe, war sie dann in der Hülle. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass der herbeigerufene Totenkopf oder Beauftragter der Dämonen, wie er im Anime so schön hieß, die Lieblingskarte meines besten Freundes damals war. Und selbstverständlich war dann der schwarze Totenkopfdrache als die Fusion von den beiden sowas wie unser Symbol der Freundschaft. Den habe ich mir dann auch irgendwann damals ertauscht und er war damit meine einzige Fusionsdeckkarte. Damals hieß das ja noch nicht mal Extradeck. Und die einzige Möglichkeit, ihn auf das Feld zu bekommen, war dann die finsternis hexversiegelte Fusion und Fusionstor in meinem Deck, das ich leider im Moment auch nicht mehr hier habe. Ich musste wohl kaum erwähnen, dass ich es nie hinbekommen habe. Bis zu einem Duell mit meinem Kumpel und ich glaube es auch das letzte, bevor wir uns verstritten haben und nie wieder gespielt haben. Dort habe ich mit Überläufer seinen herbeigerufenen Totenkopf übernommen und mit Fusionstor mit meinem Rotaugendracht verschmolzt für den Sieg. Man kann sich kaum einen epischeren Anime-Win vorstellen. Das Duell hatte nichts mit unserem Auseinanderleben zu tun, das war einfach so dämliches Teenager-Getue von 14-Jährigen, aber es ist die Geschichte, die dieses Deck erzählt, auch heute noch. Natürlich habe ich mir damals auch oft ausgemalt, wie es sich gegen die Decks von allen möglichen Anime-Charakteren geschlagen hätte. Wahrscheinlich wäre es dann gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich habe sogar Comics dazu gezeichnet, aber das wäre jetzt zu viel für dieses Video. Jetzt ist aber mal gut, kommen wir zum Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und vielleicht ein Abo, wenn ihr noch mehr Yu-Gi-Oh!-Nostalgie wollt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, eure alten Geschichten wie diese in den Kommentaren zu lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!